Oh, wir testen jetzt Tests oder was? Wir testen jetzt verschiedene Getränke auf COVID-19. Also, herzlich willkommen bei den Tests oder Lerons. Willst du wirklich das Fleisch mal wegnehmen? Ja, mach mal. Ähm, genau, das sind jetzt 42 Sachen. Bier noch und Drei-Moe noch. Äh, nehmen wir rein, warte, warte. Denk mal, das hat bestimmt Corona. Denk ich auch. Gut. Genau. Und, äh, im Sommer hast du wohl auch Playtest? Genau, sechs Waffen. Genau, das ist jetzt der erste Teil von drei. Moment, genau, erst beim dritten Teil gibt es die Ergebnisse. Da fehlt eigentlich das ganze Körper von Dormauer. Aber, ich denke mal, tun wir so hin. Ja, ich denke jetzt wirklich für die Ergebnisse. So. Tja, wir stellen das denn so hin, dass wir da erstmal mit Sie fangen. Ja, also. Ich fange gleich mal mit dem Bier an, dann kann ich jetzt schon mal trinken. Ja, bitte. Ja. Ich finde es sehr erneutig, dass wir in unserem Testlauf jetzt wie hier stehen. Naja, ich weiß nicht, was Ihr Zuschauer jetzt davon halten soll. Naja, bei Hasselrüder testen wir das Thema. Was testest du? Äh, na jeder von uns testet immer Hasselrüder oder? Naja. Wie viele Tests haben denn denn? Sechs. Sechs. Achso, gut. Gut. Dann wir dann machen wir hier den Passagüder Test. Alles klar. Aber bevor ich mal getrunken habe? Genau. Jetzt sind die für die Hirn, oder? Ja, ich musste vorhin die jetzt testen, musst du nicht immer... Komplett bis ins Mittelhirn drin. Genau. Für die Integrenze auch ganz besondere Tests. Die kann man auch anal. Ja? Ja. Das ist gut. Naja. So, wir werden das noch bestrücken jetzt. Ich habe ein Stück weit. Aber ich denke, das sollte man damit bekommen. Ja, ich denke schon, dass wir das irgendwie haben. Ja. So. Also, nochmal zum Verständnis. Also, wir nehmen das jetzt hier. Tunken das eben mal in die Flüssigkeit ein so ein bisschen. Mhm. Dann tunken wir das hier ein und schütteln. Ja. Dann wird das ordentlich. Und dann tun wir das rum, bis wir einfach auf die Uhr kriegen. Ja, okay. Viertel Stunde. Also. Hast du wohl dann. Eins. Übrigens, mit dem U-Zeiger sind ganz wichtig. Ja, deswegen die rotieren dann nichts. So. Der Maik hier. Ananas, Saft, Cola und. Ja. Gargi dringt hier. Ja, super. Das ist demnächst. Ja. 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 Ja.